Deutsch lernen durch Hören Windenergie Die Windenergie ist eine nachhaltige Energie, die es schon sehr lange gibt. Seit mindestens 1100 Jahren gibt es Windmühlen in Europa. Sie wurden zum Beispiel dazu verwendet, um Korn zu Mehl zu machen oder um Wasser in der Erde an die Oberfläche zu bringen. Wind gibt es überall auf der ganzen Welt. Aber nicht überall gibt es genug Wind. Heute wird Windenergie mit Windrädern produziert. Windräder werden vor allem in flachen Gebieten und am Meer verwendet. In Deutschland gibt es im Norden sehr viele Windräder. Und wie entsteht die Energie? Wenn es viel Wind gibt, bewegt er die Räder des Windrades. Durch die Bewegung wird Energie produziert. Das Gute am Wind ist, er hört manchmal auf, aber er kommt immer wieder. Windenergie ist sehr nachhaltig. Es wird fast kein CO2 produziert und Windräder sind günstig. Außerdem brauchen Windräder nur wenig Fläche und sie stehen in Deutschland oft auf einem Acker. Windenergie ist gut für unsere Umwelt, aber es gibt auch ein paar Probleme. Windräder bewegen sich bei viel Wind sehr schnell. Das ist eine Gefahr für fliegende Tiere. Vor allem Vögel und Insekten sterben manchmal, weil sie in die Räder kommen. Deutsch lernen durch Hören Das ist eine Gefahr für flossen werden. Wenn sie in die Räder kommen werden, Who ist der光? Bis zum nächsten Mal.